Droht uns der Blackout, der Crash, der Kollaps? Die dicht vernetzte Welt, die wir erschaffen haben, ermöglicht uns einen nie gekannten Lebensstandard. Sie organisiert jedoch nicht nur wirtschaftliche Prozesse und Lieferketten, sondern unseren gesamten Alltag bis hin zu unserer Gesundheit, Energie, Lebensmittel und Wasserversorgung. Damit sind wir auch in bislang ungekannter Weise auf das weitgehend fehlerlose Funktionieren dieser gegenseitigen Abhängigkeiten angewiesen. Doch genau das riskieren wir zunehmend durch überkommene Denkmuster und Handlungsweisen. Mehr dazu erfahren Sie am 7. April 2022 beim Fund Experts Forum in Rüschlikon. Ich bin Marc Elsberg, Autor von Bestsellern wie Blackout, Zero oder Gear und freue mich, Sie dort zu treffen. 13. April 2022 beim Fund Experts Forum in Rüschlikon